Ich lerne Deutsch. Solingen Solingen, die Klingenstadt mit Herz. Stell dir eine Stadt vor, die voller spannender Dinge steckt und gleichzeitig von grünen Hügeln und Wäldern umgeben ist. Stell dir eine Stadt vor, die voller spannender Dinge steckt und gleichzeitig von grünen Hügeln und Wäldern umgeben ist. Das ist Solingen. Solingen liegt im Westen Deutschlands, im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Es liegt in der Nähe der Großstädte Köln und Düsseldorf. Solingen liegt im Westen Deutschlands, im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Es liegt in der Nähe der Großstädte Köln und Düsseldorf. Solingen liegt im Westen Deutschlands, im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Solingen ist weltberühmt für seine Scheren und andere Schneidwerkzeuge. Solingen ist weltberühmt für seine Scheren und andere Schneidwerkzeuge. Solingen ist weltberühmt für seine Scheren und andere Schneidwerkzeuge. In der Stadt gibt es sogar ein Museum, in dem man alles über die Geschichte der Schneidwerkzeuge erfahren kann. Rund um Solingen gibt es viele schöne Wanderwege und Parks. Rund um Solingen gibt es viele schöne Wanderwege und Parks. Du kannst im Wald spazieren gehen, die frische Luft genießen und die Aussicht auf die Stadt bewundern. Du kannst im Wald spazieren gehen und die Aussicht auf die Stadt bewundern. Schlossburg Diese mittelalterliche Burg ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Solingen. Du kannst die Burg erkunden, die Ritterrüstungen bewundern und sogar an einer Führung teilnehmen. Du kannst die Burg erkunden, die Ritterrüstungen bewundern und sogar an einer Führung teilnehmen. Im Tierpark Fauna sind rund 300 Tiere aus 80 verschiedenen Arten zu sehen. Außerdem gibt es einen Spielplatz mit Streichelzoo. Im Tierpark Fauna sind rund 300 Tiere aus 80 verschiedenen Arten zu sehen. Außerdem gibt es einen Spielplatz mit Streichelzoo. Solingen ist vor allem für seine Schneidwarenindustrie bekannt. Solingen ist vor allem für seine Schneidwarenindustrie bekannt. Es gibt aber auch viele andere Unternehmen in der Stadt, zum Beispiel aus den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Solingen ist eine tolle Stadt für einen Familienausflug. Solingen ist eine tolle Stadt für einen Familienausflug. Solingen ist eine tolle Stadt für einen Familienausflug. Hier gibt es für Kinder und Erwachsene viel zu sehen und zu erleben. Wenn du dich für die Geschichte der Schneidwerkzeuge interessierst, solltest du unbedingt das Deutsche Klingenmuseum besuchen. Wenn du dich für die Geschichte der Schneidwerkzeuge interessierst, solltest du unbedingt das Deutsche Klingenmuseum besuchen. Danke fürs Zuhören und Mitlesen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Danke fürs Zuhören und mit den Holzklassen. Dann. Dich.